Willkommen zurück zu Outside View Skandale. Heute geht es um einen der größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte, nämlich den Libor-Skandal. Ja genau, das kleine Vergehen, bei dem mehrere britische Banken ihre Finger in der Zinsschatulle hatten. Oder sollte ich sagen, die Zinsmanipulationsschatulle. Für diejenigen, die es nicht wissen, Libor steht für London Interbank Offered Rate. Das ist ein durchschnittlicher Zinssatz, der aus den Schätzungen führender Banken in London berechnet wird. Klingt relativ harmlos, oder? Naja, außer in diesem Fall, wo mehrere Banken daran beteiligt waren, genau diesen Zinssatz zu manipulieren. Ja, du hast richtig gehört. Manipulieren. Und zwar den Zinssatz, der Auswirkungen auf Kredite, Hypotheken und sogar Studiendarlehen hat. Und falls du dich fragst, wie das genau ablief, lass es mich erklären. Ein paar Trader merkten, dass sie die Zahlen ein bisschen, sagen wir mal, frisieren konnten. Sie gaben falsche Daten darüber ab, welche Zinssätze sie erwarteten zu zahlen und das verzerrte die gesamte Berechnung des Libor. Und diese Manipulation war übrigens kein einmaliger Vorfall. Nein, das war eine koordinierte, langfristige Aktion. Über Jahre hinweg haben sie die Zinssätze erhöht oder gesenkt, um sich selbst oder ihren Kumpanen einen Vorteil zu verschaffen. Und das Beste daran, die meisten kamen jahrelang damit durch. Das ist fast wie ein Monopoliespiel mit einem Freund, der heimlich zusätzliches Geld unter einem Tisch versteckt. Nur diesmal ist es eben das Geld echter Menschen. Und Banken wie Barclays, die Royal Bank of Scotland und andere waren in diesen Skandal verwickelt. Und nicht zu vergessen, der Libor beeinflusst Finanzverträge in Höhe von Billionen von Dollar weltweit. Ja, Billionen mit einem B. Und wenn diese Banken also den Zinssatz nur ein kleines bisschen manipulierten, hatte das riesige Auswirkungen auf Kredite, Hypotheken und Investitionen auf der ganzen Welt. Aber hier wird es wirklich spannend. Es waren nicht nur ein paar abtrünnige Trader, die das dann so heimlich gemacht haben. Einige der höchsten Führungskräfte in diesen Banken wussten genau, was da vor sich ging. Und tatsächlich haben einige Bosse diese Manipulation sogar gefördert. Und warum? Weil sie damit natürlich Geld verdient haben. Und ganz ehrlich, in der Welt der Hochfinanz sind Regeln ja dann eher Empfehlungen, oder? Als dieser Skandal dann 2012 ans Licht kam, war der Aufschrei riesig. Untersuchungen wurden eingeleitet, Strafen wurden verhängt und einige Trader wurden sogar zu Gefängnisstrafen verurteilt. Barclays war die erste Bank, die mit einer Geldstrafe von 450 Millionen Dollar belegt wurde. Und das ist kein Kleingeld, selbst für eine Bank in dieser Größe. Aber mal ehrlich, war irgendjemand wirklich überrascht? Wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann das. Wenn es um Geld geht, verschwinden Ethik und Moral meist ganz, ganz schnell. Aber hier kommt der Clou. Trotz all der Strafen und Verurteilungen ist das System nicht zusammengebrochen. Die beteiligten Banken sind nach wie vor voll im Geschäft. Der Libor hingegen ist auf dem Weg nach draußen. Denn der Skandal hat seinen Ruf so sehr beschädigt, dass das globale Finanzsystem ihn durch andere Benchmarks ersetzt. Und trotzdem, viele der Verantwortlichen haben mittlerweile neue Jobs oder sind in den Ruhestand gegangen. Und manche genießen vielleicht sogar gerade ein Champagner auf ihrer Yacht. Ach, der süße Klang der Gerechtigkeit. Also, was haben wir aus dem Libor-Skandal gelernt? Nun, wenn du mich fragst, ist es der klassische Fall von too big to fail, also zu groß, um zu scheitern. Und diese Banken waren so tief im globalen Finanzsystem verankert, dass eine zu harte Bestrafung vielleicht noch mehr Chaos verursacht hätte. Also bekamen sie Geldstrafen, so einen Klaps auf die Hand und das Leben ging dann einfach weiter. Aber die wahre Lektion? Ja, vielleicht sollten wir schon nochmal ein bisschen genauer hinschauen, wer die Zahlen hinter den Zahlen kontrolliert. Denn wenn wir das nicht tun, könnten die versucht sein, sie wieder zu manipulieren. Und schließlich scheint Regelbeugung in der Finanzwelt einfach ein Teil des Spiels zu sein. Das war's für heute bei Outside View Skandale. Und wenn du tiefer in weitere skandalöse Geschichten eintauchen möchtest, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und bleib dran für den nächsten Skandal. Danke fürs Zuschauen und denk immer dran, lies das Kleingedruckte, besonders wenn Banken im Spiel sind. Und das nächste Video ist direkt hier im Endscreen.